Wenn die Turmohr 0 Uhr schlägt, kommen die Zombies aus ihren Gräbern heraus. Die Zombies gehen stöhnend durch die Gassen der Stadt. Chantal, Jan und Anne kommen von einer Party. Die Zombies treffen auf die drei. Jan, Chantal und Anne laufen so schnell wie möglich in das Haus der Eltern von Chantal. Die Zombies bleiben stehen und lächeln. Sie holen ein Handy raus. Komischerweise war es ein Handy. Wir wollen Freundschaft machen und Freundschaft schließen. Die sechs schließen Freundschaft und treffen sich als jeden Fall im Mund am Haus von Chantal. usz työ- und depressiv. Die送 euch mit gluten. san-